Es ist natürlich klar, die Frage nach Chirou, wie sieht das aus? Ist er fit? Kann er wieder spielen? Was wäre noch eine Alternative dann in der Innenverteidigung? Können Sie überhaupt zum Krankenstand oder zur Situation der Spieler was sagen? Bei Johann ist es so, er wird heute noch nicht trainieren können. Johann hat nach wie vor Magen, Darm und kann vielleicht heute für sich einen lockeren Lauf machen. Das ist aber auch noch fraglich, weil er sich noch gar nicht gut fühlt. Von daher ist es durchaus damit zu rechnen, dass er am Sonntag noch nicht einsatzfähig ist. Was die anderen Spieler angeht, gibt es keine größeren Dinge, die jetzt aufgekommen sind. Normale Blessuren, die du aus dem Spiel raus mitnimmst, wo vielleicht heute der eine oder andere auch noch ein bisschen reduziert trainiert, um dann morgens Abschlusstraining machen zu können. Aber jetzt keine großen Fragezeichen, die zum Glück nicht mehr zusätzlich dazugekommen sind.